Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind gerade dabei, ich spreche auf einmal, die Orks hier jetzt mal zu erledigen und danach in das Grab da rein zu gehen. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie hier von Akasha das Grab sein könnte. So, einmal herkommen, bitte. Ah, die kommen zu zweit, okay. Na toll, jetzt kommen sie alle. Verdammt. Jetzt kommen sie alle. So, aber den kriege ich alleine hin. So, einmal mitnehmen, alles. Was ist mit ihm? Kommt der? Ich versuche ihn mal ein bisschen weiter hier rauszulocken. So. Versuche ich mal. So, einmal alles mitnehmen. Natürlich kommen sie alle. Wer bist du? Elite-Krieger. So, einmal wieder alles mitnehmen. Die anderen geben Ruhe. Perfekt. So. Nochmal speichern. Und so. Jetzt gewährst du mir. So, einmal abgestochen. Aber noch in den Bauch rein. Da sind mir gerade zu viele. Viel zu viele auf einmal. So, okay. Die haben sich abgewendet. So, aber die nächsten. So. So, den muss ich loswerden. Ich stecke dir fest. So, habe ich alle erledigt? Ich hoffe ja. Ich hoffe, hier gibt es keinen mehr. So. Hier auch nochmal alle looten. So. Hier auch nochmal. Die haben wir. Was mit ihm? Haben wir. So. Elite-Krieger. Den müssen wir auch noch. Jetzt gehörst du mir. So. So, es sind nur noch die beiden. So. 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 Alle erledigt. So gehört sie dort. So. Was ist eigentlich hier vorgefallen? Abgesehen von dem, dass hier noch ein Ripper ist? Haben dich hier ein Blutopfer gemacht? Was? Also, ich frage mich wirklich, was hier war. Aber das können wir dann speichern. Und wenigstens sind wir auch den Schamanen hier los. Die Orks sind da los. Wie viele Untote sind jetzt da? So. Können ruhig ein paar mehr kommen. Nehmen wir auch wieder mit. Nehmen wir auch wieder mit. Ah, vier. Ein bisschen Herausforderung dann. Fünf. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hohe Herausforderung. Gegen fünf gleichzeitig. Da. Ja. Natürlich greifen die auch wieder von hinten an. Das hat mit der Verteidigung manchmal nicht läuft. Ist auch ein bisschen doof. Ja. Hier können wir aber wieder alles einsammeln. Bis jetzt hat aber noch keiner von denen geschafft, uns umzulegen. Also von denen hier Skeletten in der Eisregion. Na, ich speichere nochmal. Da kommen wieder zwei. Ich hasse diese Stichangriffe. Hier auch nochmal. Und die nächsten rauslocken. So, wie viele kommen jetzt? Das sind drei, vier, fünf. Autsch. Die und ihre Scheiß-Stichangriffe. Ne, dann noch mehr. Ja. Ja, genau. Ja. So, weg mit dir. Nervensäge. Einmal kurz wieder Abstand halten. So, die brauchen ein bisschen zu lange. Ja, genau. Stich mir den Rücken. Ja, genau. Komm. So, der erste ist weg. So, und nur noch du. Ja. So, haben wir sie alle. So, was ist mit dem? Kann ich nicht looten? Obwohl der einen Bogen hat? Okay, interessant. So, nochmal was schnabulieren und dann gehen wir wieder rein. Speichern vielleicht nochmal. So, hier haben wir auch nochmal was. Okay, der Chef kommt jetzt auch noch. So, bis der Chef da ist. So, kann ich den in der Zeit looten? Äh, Beere. So, sein Seitenstil war aber auch relativ schnell. Ich hab da einen Ahnenstein. Yo, übertreib. Alter. So, noch mal. So. So. So, ein Schlossbeil haben wir wieder. Speichern wir. Ich hätte gern ein paar mehr. So, komm. So, was mit denen da hinten? Da kommen sie schon. Da. Ja, da kommen sie alle. Ja, komm. Ja, komm. Ja. So, weg mit dir. Gehen die mir auf den Sack. So, jetzt wieder was essen. Und die anderen hier einsammeln. Was wir hier haben. So. Was gibt es denn hier noch? Nur Pfeile. Aber okay. Das können wir speichern. Der Bereich ist leer. Gibt es hier nur noch Fleischwanzen. Ich finde es süß, wie die fliegen. So, wieder diese interessante Musik. Hier ist nichts. Das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, dass es über dem Felsen ist. So, nicht hier unten. Ja, da sind noch mehr Skelette. Natürlich. Funktioniert meine rechte Maustaste nicht mehr? Oder was ist los? So, wieder looten. Die rechte Maustaste will einfach nicht funktionieren. Nein. haben alles looten wieder das müssen stichen das nervt mich so wir haben mehr als genug von denen so und noch mal speichern ok da kommen die drei einbogen schütze da geht der bogen schütze mir gerade auf den sagt wer soll einmal herkommen so einmal looten noch was zum looten ja noch ein holzschild noch ein schwert so wie viele gibt es noch da drin schon ein paar echt jetzt darauf hinter mir zu sagen so ich versuche mal die anderen noch anzulocken hat der hat das skelett genießt da 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 alter ok vier bogen schütze ich fange mit dem an ja komm einmal weg so so da da nur noch du das war ein kampf ich hier ist keiner mehr das ist aber ein cooles bild so ok aber jetzt erst mal ein halbtrank und noch ein stück fleisch dann nehmen wir hier alles mal mit kann man wieder gut verkaufen auch wenn wir eigentlich was geld angeht gar keine gedanken mehr machen müssten so noch etwas eine fleischwanze hat auch noch erwischt also das ist ein pfeil noch ein pfeil und dort auch noch mal mitnehmen noch eine fleischwanze ok so ich brauche einen dietrich wir haben keine niedrige nein immer noch nicht dürften hier noch irgendwo fleischwanzen sein oder so pfeile ok dann was haben wir hier dort kann man etwas hineinstecken arnstein benutzen doch und jetzt ich brauche einen dietrich jetzt habe ich ein kleines problem mit der kamera warum ist das jetzt so hat sich irgendwas verändert hat sich ein weg aufgetan ne ich kann mich auf den thron setzen auch nicht mit irgendwas interagieren so ein moment so für wen waren das so badex gerade anstein für radger und teleport stein für die haben wir ja eine rüstung für tor als ort lager ausgelöscht ort lager ausgelöscht badex grab ah da kann man was dann geht doch ok rufen nordmar 32 ruf bei den orks 24 ruf bei den rebellen 78 ruf beim wald 70 ruf bei den assassin 14 ruf bei den nomaden 69 so hier haben wir sonst nix gescheitert ah es hat sich wieder normalisiert mit der dingens ok ich musste vielleicht nur einfach einmal in den dingens schauen wir aber mal dann haben wir hier noch eins da noch eins und hier nochmal zwei da müssen wir auch noch mal hin den weg dahin finden speicher das einmal und schauen noch mal wenn wir hier weiter geradeaus gehen vielleicht da entlang geradeaus an der katze vorbei nein noch mehr katzen katzen finde ich schlimm hier sind auch irgendwo weltwände nehmen und es ist schon wieder dunkel na toll wo bin ich nicht hier jetzt gelandet warte mal warte mal wolbison so jetzt dürfte keiner mehr da sein so ich glaube ich fresse erstmal einfach nur paar platten weil davon haben wir so viele wenn wir nicht einfach alle verbrauchen so nochmal speichern so nochmal speichern und dann müssten wir jetzt bald wie so ein feld mehr als genug haben für wen auch immer das nochmal war wer kommt jetzt so erstmal weg mit dir so ich weiß drauf dass er runtergefallen ist aber da 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 ja komm weg mit dir und deine armbrust da 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 so endlich bin ich los so bolzen wo ist eigentlich der schamane hin da okay der ist nicht runtergefallen so einmal hier alles braten was wir haben das war sehr viel rohes fleisch was wir hatten stellt sie mir die frage woher haben wir so viel rohes fleisch so noch eine waldbeere da können wir wieder rohes fleisch essen also gebranntes fleisch nicht rohes fleisch so und so ich glaube ich muss irgendwie nach unten da komm dann sorgen wir dich kätzchen da 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 und so ein bisschen wieder bevordern vielleicht einmal das hier vielleicht noch mal kurz speichern und noch mal ein schluck fleisch essen bevor wir gegen die nächste katze hier antreten und die wölfe machen mir sorgen nein nicht die andere auch noch dazu da 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 ja da Achso, einmal speichern. So, und alles mitnehmen. So, und eine Heilwurzel. Mal gucken, wo ich eigentlich langen muss. Also ich, äh, verstehe ich hier in Nordmar noch nicht die Orientierung, sagen wir mal so. Was ich wo finde und wo ich, wofür, wohin muss. So, die beiden haben wir ja schon. Dann müsste ich eigentlich hier jetzt gleich nach rechts irgendwo hingehen, oder? Oder warte mal. Um die Richtung. Und dann da hoch, oder wie? Ne, ich glaube, ich muss hier unten bleiben. Ne, hä? Geh ich mal auf die Weltkarte. Ernsthaft? Gehen die mir auf den Sack? Wenigstens geben die Fleisch. So, nochmal kurz. So, und nochmal hier auf die... Ne, ich muss, ich muss da oben lang. Hä? Ja, ich muss da oben lang. Hier die Straße entlang. Oh, da ist eine Ortpatrouille. Wo haben die vor, hinzugehen? Ich werde dich zer- Oh, huah! Da! Da, da! Da! Stopp! Da! 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 Okay, einmal kurz Abstand halten. Und einen dicken Heilsrand nehmen. Ich bin da, ich bin da. Was? Mir ist das? Ich bin da. 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 ja auch alles wieder mitnehmen und wieder essen keine ahnung wo die herkamen aber gut dass wir die erwischt haben so ich gehe mal voraus dass wir hier runter müssen dann die nächste aha ich lasse die mal kämpfen der eine ist unter mir jetzt her aber egal sollen die miteinander kämpfen so mal gucken was da passiert das speichel ich einmal den kampf will ich sehen so eine säbelzahn katz kommt auch noch dazu natürlich einer will gegen mich kämpfen zwei wollen gegen mich kämpfen so kommt er ihn gar nicht aber jetzt kommen sie alle von da oben wollen wir doch nur ansehen Wo kommen die jetzt alle her? Ich versuche mal nach unten zu gehen, ich will gucken ob die da auch noch weiterhin gegen die Wölfe kämpfen. Okay, die Wölfe haben sie alle erledigt. Oh, das ist ein Riesenlager hier. Von dahin kommen auch noch welche. So, wenn ich die Flucht ergreife, hören die irgendwann auf. So, wenn ich hier jetzt auch ein bisschen esse. Toll, darf ich gleich noch gegen den Troll kämpfen? So, ich mach die Ripper fertig. So, wo ist der andere Ripper? Da. So, mal gucken. Da ist einer am warten. Ich speichere vielleicht nochmal. So, das war's nochmal mit den beiden. Wer kommt da? Oder kämpfen die da hinten noch gegen andere? Okay, da kommen nochmal zwei. So. So. Ach komm. Ach, zwei Elite? Ich dachte schon, zwei Elite. Ja. Jetzt habe ich ein Problem, wenn beide hinter mir sind. Ja, beziehungsweise. Revisiert wieder immer den Falschen. So. So. Auf den anderen bleiben. Hallo. Das Anvisieren ist richtig beschissen, ey. Wirklich. Bleib stehen, Morat. Bleib stehen, Morat. So. Da ist er schon. Komm. Der hat zum Glück nicht viel ausgehalten. Ja, komm. Schnell den Schamanen loswerden. So, sollen die anderen gegen den Wolfgang kämpfen? So, ganz schnell. So, alles mitnehmen. Und wieder futtern. Und nochmal speichern. Dann sind wir zumindest den Schamanen los. Natürlich muss da jetzt mit einer Armbrust kommen. So, hier können wir kämpfen. Jetzt kommen sie alle? Ernsthaft? Alter, so viele Armbrust schützen da. Rennen nochmal vielleicht in die andere Richtung. Äh, okay, das sind wirklich sehr viele hier. Alter, wie viele sind denn hier? Rennen! Hm! So, Speer. So, Speer. Einmal wieder durchrennen. Jo, können die nicht alle gegen Katzen hier kämpfen? Ach, na toll, da hinten sind auch wieder welche. Echt jetzt? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ja, jetzt kommen sie alle wieder. Ich gebe mir ein bisschen auf den Sack hier. Dass alle auf einmal so gleichzeitig kommen. Wollen wir die King der Fly ist hier? Ja. So. So, ein Moment. Ich muss nochmal kurz hier rüber. Kann ich hier trinken, ohne angeschossen zu werden? Ja. Eckертв 8bilir 2 da. Das ist alles, das ist alles. Aber es ist halt das sehr gut in den Vergleichen. In der Vergleichen der leider gegen Katzen hier. So. Der nächste? Da?! 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 So, jetzt muss ich eben kurz wieder Abstand gewinnen. Irgendwie, irgendwo. Also der Kampf dauert bisher länger, als ich eigentlich wollte. So, unten Energy. So. Ja, hör auf da. So. Und nochmal da hin. Ja. Ja. Oh nein, der schon wieder. Jetzt kommt der Anführer. So, kann ich ihn wie eben gucken? Immerhin kämpfen die noch gegen die Katze. Ähm, nein, abbrechen. Oder doch nicht. Ich hoffe, die Katze schafft Gott. So. So. Du bist der nächsten? So. 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 So, nochmal einen Heilschrank. So, den sind wir los. So. Ja, komm. Was mach ich da jetzt? Ähm. So. Ja. Hört auf. Okay, das kann ich nutzen. Äh. Ja. Na, da glaube ich auch gleich. So, einmal kurz vertrinken. Das hier auch. Ah, die kämpfen da immer noch. Das finde ich super. Jetzt den da loswerden. Auch gleich ausgelöscht. Perfekt. So. Ähm, so. Nice. Haben wir doch geschafft. Wie lange haben die gegen die beiden da gekämpft? Bin ich jetzt ernsthaft? Wie viel Leben hat die? Ähm. Die hat aber auch sehr viel Leben noch. So. Ach, einen haben die hier. Okay. Das gehört auf jeden Fall gespeichert, dass wir das geschafft haben. So. Auch wieder alles mitnehmen. Wie viel Org-Lager haben wir jetzt ausgeschaltet? Das war jetzt, glaube ich, der... Der zweite. Obwohl, den, äh... Ich wollte schon wieder Kessel sagen. Hier, ähm... Den Dingens. Äh, die Schmelze. Die könnte auch noch als einer. So. Können wir den jetzt? Natürlich muss der jetzt wieder volles Leben haben. So. Wollen wir doch mal essen. So. Wer fehlt noch? Wir müssen noch alles looten hier. Ich loote hier mal alle. Hier liegen aber viele rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingerannt habe. Da, da lang. Die sind da lang gerannt. So. Hier haben wir nochmal Wolfskraut. Hier liegt noch einer. Noch ein Krieger. Und Morgentau. Ah ja, den Schamanen haben wir auch noch vergessen. So. Und die Brücke da hoch. Obwohl, da gab es doch auch noch irgendwo eine Pflanze, die ich gesehen hatte. Die wertvoll auszusehen schien. Da. Ne, ist nur Wolfskraut. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, ne? Was war das? Heilwurzel. So. Die Hirsche lasse ich jetzt mal alle am Leben. So. Und so. Und hier Eisenhalben nehmen wir auch nochmal mit. Nochmal Wolfskraut. Können wir eigentlich noch ordentlich Geld rauskriegen. Aber wenn ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Mit dem ganzen Geld jetzt. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch irgendwie so ein ultimativer Skill, wofür man mehrere hunderttausend braucht. Wer weiß. Also, ihr wahrscheinlich schon. Ja, aber ich zumindest weiß es nicht. So. Und wo befinden wir uns jetzt? Warte mal. Die Hauptstraße. Was sich hier die... Hier im Osten vielleicht zu Xardas führt. Immer noch vielleicht. So. Jetzt speichere ich mal. So. Das führt zum Feuerclan. Keine Ahnung, wo das führt. Aber da war, glaube ich... Erstmal ein Troll. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Troll. Und gehen die Straße hier weiter entlang. Und vielleicht ist da doch noch irgendwo ein großes Org-Lager und der Turm von Xardas. Vielleicht finden wir ihn endlich mal. Ich hoffe es, dass wir es noch vor Folge 100 hinkriegen. Denn wir sind hier jetzt schon bei Folge... So, einen Moment. Ich muss mal eben kurz überlegen. Das müsste jetzt hier... Folge... Ich muss jetzt kurz rechnen. 95, 96, 98... 98. Folge 98 sein. So, dann... Äh... Ja, ich hoffe, wie klingt das noch in der nächsten Folge. Oh, da kommt mir zu nah. So. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. Ciao. Ciao.